So, ich bin mal wieder bei Ollis Fahrradgarage in der Kieler Straße 220, weil Olli uns angerufen hat, dass er wieder Fahrräder für die Schatzkiste gebastelt hat. Und ja, wir freuen uns mächtig, die Fahrräder in Empfang zu nehmen. Es sind alles Kinderfahrräder, Werkstatt geprüft von Olli. Und seit vielen Jahren haben wir diese Kooperation. Er macht sie für uns ehrenamtlich heil und darüber freuen wir uns. Olli, sag auch mal was. Ich bin Olli von Ollis Fahrradgarage. Ich mache gerne für den Kinderschutzbund Fahrräder fertig, die gespendet worden sind. Und ja, man kann ja sehen, dieses Jahr sind wieder ein paar zusammengekommen. Die sind dann ab Donnerstag, glaube ich. Ab Donnerstag sind sie im Laden zu erwerben und sind Werkstatt geprüft. Wir freuen uns. Und vielen Dank, Olli, für deinen ehrenamtlichen Einsatz. Kinderschutz brauchen die ganze Stadt und so tolle Typen wie dich.